Sabine Kössegi ist Professorin für Arbeitswissenschaft und Organisation an der Technischen Universität Wien. In ihrem Arbeitsbereich analysiert sie Aspekte der neuen digitalen Arbeitswelt, sowie die Auswirkungen von Robotik und KI auf Arbeitsumgebungen, sozio-technische Systeme und unsere Gesellschaft. In ihrem Video thematisiert sie eine zentrale Herausforderung der digitalen Transformation, die digitale Benachteiligung. Insbesondere legt sie ihren Fokus dabei auf genderspezifische Ungleichheit. Wie sich diese Ungleichheiten in der digitalen Welt manifestieren, was der Teufelskreis digitaler Ungleichheit ist, und welche Maßnahmen ergriffen werden können, um eine chancengerechtere Digitalisierung sicherzustellen. Das alles erklärt uns Sabine Kössegi im folgenden Video. Hallo, ich bin Sabine Kössegi, arbeite an der TU Wien und unter anderem auch am Brügel-Institut in Brüssel. Das ist ein europäischer Think Tank, der versucht, die Regierungen, europäische Regierungen, die Policymaker, die WissenschaftlerInnen und die Wirtschaft zusammenzubringen, um ganz große Fragen der Zukunft auch zu lösen und sich Gedanken über Herausforderungen und deren Lösung zu machen. Eine große Herausforderung ist natürlich die Digitalisierung, die alle Gesellschaftsbereiche betrifft. Und da hat sich die Frage gestellt, ob denn alle Personengruppen, alle Menschen gleich von der Digitalisierung betroffen sind oder ob es Gruppen gibt, die möglicherweise von der Digitalisierung benachteiligt werden. Es hat sich eine Future of Work and Inclusive Growth Gruppe im Brügel-Institut gebildet, mit dem Ziel, eben genau spezifisch dazu Forschung zu machen. Und was ich euch heute in dieser kurzen Vorlesung präsentieren möchte, sind der Blick von Estrella Herrera-Gomez und mir auf das Thema Benachteiligung und Geschlechtersegregation. Also wie gesagt, in der Gesellschaft wird diskutiert, es gibt unglaubliche Chancen der Digitalisierung, Wettbewerbsfähigkeit durch höhere Produktivität, Innovation, neue Geschäftsmodelle und auch die Hoffnung auf neue, bessere Arbeitsbedingungen durch Automatisierung von gefährlichen, anstrengenden und ungesunden Tätigkeiten. Demgegenüber stehen jetzt aber eine Reihe von Herausforderungen, die auch diskutiert werden. Nämlich zum Beispiel im Zeitraum zwischen 2018 und 2022 sind oder waren bei jedem zweiten Job bereits Informations- und Kommunikationstechnologie-Schulungsmaßnahmen erforderlich, hat das World Economic Forum 2018 bereits prognostiziert. Sie hören es bestimmt in den Medien, 55 Prozent der europäischen Unternehmen haben heute Schwierigkeiten, also mehr als jedes zweite Unternehmen, überhaupt Fachkräfte aus dem Informations- und Kommunikationstechnologie-Bereich zu rekrutieren. Es ist prognostiziert, dass in 2025 in Europa 500.000 Fachkräfte in der Informatik fehlen werden. Und gleichzeitig haben wir die Situation, dass nur 18 Prozent der Informations- und Kommunikationstechnologie-Arbeitsplätze von Frauen besetzt sind. Und jetzt stellt sich natürlich die Frage, warum ist das so? Also warum finden wir genau in diesem Bereich so wenige Frauen? Ist das vielleicht eventuell genau die Chance, unseren Fachkräftemangel der Zukunft zu lösen, indem wir mehr Frauen in dem Bereich Informations- und Kommunikationstechnologie bekommen? Und wie sieht es denn eigentlich aus aktuell? Welche Erklärungsmodelle gibt es dafür? Estrella und ich haben uns hingesetzt und haben einfach einmal die empirischen Fakte in Europa gesammelt, wie die Situation für Frauen und Männer in diesem IKT-Bereich, Informations- und Kommunikationstechnologie-Bereich aussieht und haben uns dann die Frage gestellt, wenn wir jetzt noch mehr automatisieren, digitalisieren, was passiert? Dann sind dann Frauen mehr betroffen, von dieser Digitalisierung positiv betroffen oder verstärken sie eventuell auch Probleme, die aktuell schon bestehen? Ja, und das Erstaunliche war, wir haben einen Teufelskreis im Grunde genommen aufgedeckt und zwar alleine, indem wir empirische Fakten analysiert und ein bisschen sortiert haben. Und ich gehe jetzt mal kurz grob den Teufelskreis durch und präsentiere im Nachgang dann die einzelnen Fakten, empirischen Fakten für Europa, die uns zu dieser Schlussfolgerung gebracht haben. Nämlich einerseits werden Frauen und Männer in Stereotype-Geschlechter-Rollen sozialisiert und es gibt ganz klar eine Ungleichverteilung unbezahlter Arbeit, also Arbeit zu Kindererziehung und Arbeit zu Hause, Rekreation etc. Haushalt. Diese Stereotype-Geschlechtsrollen-Sozialisierung führt auch zu einer sehr frühen Geschlechtersegregation in der Bildung. Burschen und Mädchen wählen unterschiedliche Bildungszweige und unterschiedliche Studienrichtungen. Das heißt, am Arbeitsmarkt landen in weiterer Folge eben Männer und Frauen in unterschiedlichen Proportionen sozusagen. Und es gibt im Arbeitsmarkt dann eben diese vertikale und horizontale Geschlechtersegregation und ein dazugehöriger Gender Pay gibt. Das heißt, Frauenberufe oder Berufe, in denen vorwiegend Frauen arbeiten, werden auch noch schlechter bezahlt. Das führt dazu, dass in den Top-Branchen, in den IKT-Branchen überwiegend Männer arbeiten, die dann auch eben wieder Technologien entwickeln, die bestimmte Gender-Biases inhärent haben, weil weibliche Perspektiven, Perspektiven von Frauen mit ihren Lebenshintergründen wenig berücksichtigt oder nicht berücksichtigt werden, als potenzielle NutzerInnen von dieser Technologie. Und das führt am Ende dazu, dass Teilhabechancen an Gesellschaft, Politik, Arbeit etc. der Frauen beschränkt wird. Das ist der Teufelskreis, den wir gefunden haben. Wir nennen ihn deswegen Teufelskreis der digitalen Ungleichheit. Und ich bringe euch jetzt noch ein paar Fakten dazu. Erstens, Frauen sind für Familie und Kindererziehung verantwortlich und tragen die Hauptlast der unbezahlten Arbeit. Und zwar in Europa 2,6 Mal so viel wie die Männer. Das zeigt ein UN-Frauenreport und das Europäische Institut für Gender. Zweitens, das Interesse von Mädchen, also so hinein sozialisiert, das Interesse von Mädchen an MINT-Fächern sinkt drastisch in der Pubertät. Mit 15 wollen nur mehr 0,5 Prozent der Mädchen, aber 5 Prozent der Burschen-InformatikerInnen werden. Spannend dabei ist, dass trotz besserer Leistung in der Computer- und Informationskompetenz Mädchen kein hohes Vertrauen in ihre eigenen IKT-Fähigkeiten haben, sagt ein UNESCO-Report 2019. Genau diese Voraussetzungen führen dazu, dass es zu selektiven Bildungsentscheidungen kommt. Wenn man sich das anschaut, der Anteil von Frauen in verschiedenen Studienfächern ist sehr stereotyp. In der Bildung haben wir 70 Prozent Frauen, im Gesundheitsbereich 69 Prozent Frauen, im Mathematik, Information, Naturwissenschaftlichen, Technologiebereich allgemein 34 Prozent und in der Informations- und Kommunikationstechnologie 17 Prozent, sagt Ski Figures. Spannenderweise führt das zu einem Gleichstellungsparadoxon. Stoet und Geary haben das 2018 erhoben in der IKT-Bildung. Nämlich, je höher der Gender Equality Index eines Landes ist, desto geringer ist der Anteil an Frauen mit IKT-Abschluss. Die Ursachen dahinter sind uns teilweise noch unklar. Eine Hypothese wäre eben und wird auch immer wieder ins Treffen geführt, dass sich Frauen freiwillig dafür entscheiden, also eben für andere Bildungssektoren entscheiden. Aber das können wir ja eindeutig durch die empirischen Befunde bis zu diesem Zeitpunkt schon widerlegen, dass es eben schon sehr frühe Stereotype, Sozialisierungen gibt und sehr frühe Bildungsentscheidungen. Diese spezifischen Bildungsentscheidungen, die ich präsentiert habe, führen zu einer horizontalen Geschlechtersegregation bei den Berufen. Wie bereits erwähnt, nur 17 Prozent der 8 Millionen IKT-SpezialistInnen der EU sind Frauen. Nicht nur diese horizontale Segregation ist problematisch, es gibt auch eine vertikale Geschlechtersegregation. Wir kennen das unter dem Begriff Class Ceiling. Nur jede vierte Führungsposition im Tech-Sektor ist mit Frauen besetzt. Und die Hauptursachen dafür sind dann wieder kulturelle und strukturelle Barrieren für Frauen. Schließlich trifft die Automatisierung auch Frauen dann in ihren Jobs viel stärker. Man kann über diese sogenannte Routine-Task-Intensity, das ist der Anteil automatisierter Aufgaben innerhalb eines Jobs, feststellen, wie stark ein bestimmter Job, eine Aufgabe von Automatisierung betroffen wird. Und man kann zeigen, dass der Anteil dieser Routine-Task-Intensity signifikant höher ist bei Jobs, die überwiegend von Frauen wahrgenommen werden. Das heißt, Frauen sind damit überwiegend oder stärker betroffen von Automatisierungsprozessen und Rationalisierungsprozessen. Und darüber hinaus verstärkt ist sogar noch den Gender Pay Gap. Also der allgemeine Gender Pay Gap in Europa beträgt 14,1 Prozent. In Österreich liegt er noch immer deutlich höher. Und die Hauptursachen dafür sind eben die unfaire Verteilung von unbezahlter Arbeit. Das habe ich am Beginn erwähnt. Das heißt, die Frauen haben kaum Chancen oder viel weniger Zeit, sich auf ihre Karriere zu konzentrieren, weil sie sehr viel stärker engagiert sind in der unbezahlten Arbeit. Und eben die horizontale und vertikale Geschlechtersegregation. Aber Automatisierung vergrößert den Gender Pay Gap noch. Eine zehnprozentige Zunahme der Automatisierung, und Frauen sind wohlgemerkt mehr betroffen von Automatisierung in ihren Jobs, führt zu einem Anstieg des Gender Pay Gaps um 1,8 Prozent. Das heißt, es verstärkt das Problem noch, wie eine Studie des Internationalen Währungsfonds 2020 gezeigt hat. Ja, und jetzt haben wir die Situation, dass KI und Digitalisierungstechnologien hauptsächlich von Männern erzeugt und designt und produziert werden. Und Studien belegen eindeutig, also eine kürzliche Studie von 2021, die sich KI-Systeme in Europa angesehen haben, aus unterschiedlichen Branchen, zeigt, dass jedes vierte System sowohl einen Gender- als auch einen rassistischen Bias hat. Und jedes zweite System hat jedenfalls einen Gender-Bias. Das heißt, hier kommt es dann ebenfalls wieder zur Benachteiligung der Chancen. Und ich bin jetzt quasi am Ende dieses Kreises angekommen und würde jetzt wieder beginnen, eben die frühe Segregation von Mädchen und Burschen in der Bildung, die horizontale und vertikale Segregation von Frauen und Männern in Berufen, sowie der Gender Pay Gap und diskriminierende Technologien reduzieren die Teilhabechancen von Frauen im Erwerbsleben und drängen sie in diese Stereotypenrollen, die ich ganz am Beginn erwähnt habe. Und dies führt dazu, dass Frauen die Hauptlast der unbezahlten Arbeit tragen, weil es einfach vom Familieneinkommen her rationaler ist, wenn besser bezahlte Männer in besseren Jobs arbeiten und die Frauen die Kindererziehung übernehmen. Und das ist ein sich selbst stabilisierender Teufelskreis. Was braucht es? Es braucht daher ganz bewusst und explizit Maßnahmen zur Sicherstellung einer chancengerechten Digitalisierung. Das heißt, um wieder jetzt mit diesem Teufelskreis zu beginnen, es braucht eine faire Verteilung unbezahlter Arbeit zwischen Männern und Frauen. Es braucht digitale Bildung für Burschen und für Mädchen. Es sind Zukunftsberufe. Wir brauchen viel mehr Menschen in diesem Bereich. Es braucht ganz klar den Abbau von horizontalen und vertikalen Barrieren für Mädchen und Frauen in der Bildung. Wir müssen den Gender Pay Gap aufheben und es braucht eine gendersensible Technologieentwicklung. Wir brauchen illustrated sacrificium von Burschen Sparen. Burschen Sparen prophecy. Vielen Dank.